Ja, da wollen wir mal weitermachen. Der nächste Teil, den wir mitgebracht haben, ist auch, oder sagen wir mal so, der fängt mit einem Volkslied an. Kennen Sie bestimmt, jetzt kommen die lustigen Tage. Ja, da kommt am Ende dieses Schätzl, ade, ade. Bei uns endet das etwas anders, und zwar hat irgendeine Kölner Bandkapelle dieses Lied ein wenig umfunktioniert. Lassen Sie sich mal überraschen, was am Ende passiert. Ich denke, Sie kennen es. Und wenn Sie kennen, dürfen Sie bestimmt gerne mitmachen. Weil bei uns darf jeder mitmachen, bei uns darf jeder, der Herr ist, Dienstag zum Probe kommen, zum Beispiel. Und wenn wir Konzerte geben, darf auch jeder im Saal ein wenig mitmachen. Jetzt kommen die lustigen Tage, Schätzl, ade, ade, ade. Schätzl, ade, 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 schätzl, ade. Schätzl, ade, 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 ade. Schätzl, ade, 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 ade 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 ad Untertitelung des ZDF, 2020